Loool Loool Ah, aber wir haben zwei Platinenbobos im Team Was haben wir im Bereich Sichern Favelas? Hm, die haben 136 Silver, 26 Gold, äh, 1? Ne, das ist 2 Das ist 418, das ist gut Ja Der andere ist auch Level 24 als 418, äh, 1, 7 Krass Oh, wir haben zwei Platinen Jaja Ah, komm, hä? Dieses Zeichen von... Ach so, das AlphaTorovid Universum, okay, ist egal Ich dachte, das wäre ein Clan-Zeichen Wir haben aber auch einen Swuff dabei Mhm Sechs, Sechs und Eichgold, zwei Ja, wobei, nicht unbedingt, ne, wenn der angefangen hat und sich hat, äh, oder... Oder so, ja Mit guten gespielt hat, dann wirst du auch Gold eingerankt Ja Wir müssen den Bio-Gefahrgutbehälter schützen, den Raum sicher Köh, 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 köh Die Wand ist fertig Die Gegner haben den Bio-Gefahrgutbehälter lokalisiert Setze Störsender ein Stacheln anplatziert Gerät ist platziert Zehn Sekunden noch Hast du noch ein Gemmer? Ich hab keine Gemmer Die Gegner haben den Bio-Gefahrgutbehälter lokalisiert Setze Störsender ein Das war sicher an diesem Mal am Rasse Das Radio Der Draht ist bereit Ist so laut Ich setze den Sensor ein Störsender bereit Ich suche nach Feinden Nein Störsender aktiviert Störsender eingesetzt Ich wechsle das Magazin Sensor eingesetzt Ich bekomme den Weg Ich versuche den Weg Ich bin da 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 Schade Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020